Oder Rexy, eins von beiden, aber Giganto finde ich immer besser. Ja, Rexy ist nicht so gut. Oh nein, das ist zu süß, das ist zu süß. Das klingt so süß. Ich weiß, ich hab wieder vergessen, worauf ich hinaus wollte. Egal. Koop und Sakura. Genau, dann weißt du ja, dass wir zu zweit sind. Aber es ist immer, dass wir dann, also... Dass nicht nur einer von uns spielt. Wobei ich schon einmal Sakura gegen ihn gespielt habe. Turk? Nur zwei Runden? Ah, ja. Ach so, da wollte ich jetzt wahrscheinlich erst loslegen, weil ich jetzt zwei Runden begrennte. Und dann nicht fertig machen. Oh. Der YouTube. Ich mach lieber noch so Smileys dazu später. Oder so... Das sind Augen, oder, wenn man das macht? Ja. So, oder Augenbrauen. Nee, das sind Augenbrauen. Say cheese, Giganto! Say cheese! Du... Wünsche zum Fernsehen? Er bekommt Dinosaurier. Aber es ist ja stimmt. Wir machen nochmal alles in drei Runden. Mhm. Ihm fällt sowas auf. Mir ist das jetzt nicht aufgefallen. Er ist... Ah, der Giganto. Er ist so aufmerksam. Gerade, dass uns nicht Blumen schickt. Ja. Es gibt ja auch, wenn er mit Dinosaurier spielt, kriegen wir auch Blumen. Mhm. Mhm. Er kann ja auch umstellen, Das hat doch mal gekommen. Puh! Oh! Was? 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 Ich hätte einen Dinosaurier schon auffallen können, als er dieses Galactic Tornado, und dann wusste ich aber niemals wusste, welcher Charakter ich bin, was bedeutet, ich hatte nur... Es ist nur aufgrund meiner Identitätsprobleme derzeit, zurückzufuhr. Oh, das ist auch nicht! Ich bin traurig. Ich hab's gedrückt! Oh, jump! Oh nein! Was ist das? Hat der so ein Zeug? Are you alright, sir? Fuck! 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 I'm sorry! Fuck! Are you alright? Oh, oh, oh! Nein! Das war ordentlich! Okay! Jesus fucking Christ! Let me revenge you! Please revenge me! Ich hab nicht geweint! Don't cry! Kürzlich! Ich lüge nicht! Mann! Niemals! Ich kann nicht so schnell lesen, was so klein und komisch geschrieben ist! Giant! Eine miese Mistratte! Ich werde dich... Ich werde dich... ...besägen! Gemeiner kann ich nicht sein! Ich werde dir einen Rutschein für das Kino für Zeit schicken, ich werde dir die Hälfte herausnehmen! Was? Ich bin kein großer ... Böse Kalt großer Gesells вп Sapphire Ich kann nur so Halbböse sein, und so. Jetzt verlierst du auch gleich mal! Ich werde mich anstrengen, nés ich nicht verliere! Ätsch! Aber gegen Makoto ist es immer ein bisschen schwierig. Gem bereit! Are you ready? Give Hook and Run! Careful! Yeah! And there's the third pitch! What's next? Spannend haben wir nichts gemacht, ne? Wow! Das ist eine Reichweite, alter! War das ein Target-Kombo? Ja, das war gut. Jetzt sind wir wieder. Das ging leider nicht. Oh, dieses Rumi-Hopse da. Oh yeah! Oh und? Scheiße. Ich glaub das war, er wollte... Oh nein! Er macht irgendwas, ich sehe ihn von seinem Ende. Oh nein! Okay, er wurde nur aus der Ecke raus, glaube ich. Oh, er hätte nicht so gehabt jetzt gerade. Oh, was mach ich? Er hat mir die Runde geschenkt, glaube ich. Ja, ich glaub er wusste, dass du eigentlich gewonnen hättest schon. Ich meine... Oh, so nice! Das war's. Das war's. Das ist ein wichtiges Spiel. Es geht ja gar nicht so klar auf dem Ecke ums Gewinnen, sondern manchmal... ...spinnert er immer mit seinen... ... mit seinen 8x Super-Kombos rum, also er kann das immer ein bisschen testen am Objekt natürlich. Oh wow! Alter! Oh wow! Alter! Das war's mal! Das war's mal! Ich sollte's doch besser nicht machen! Wenn das... Nie wieder! Nie wieder! Nie wieder! Ich meine... Ich hatte auch keinen... Oh, das war's so cool! Careful! You might hurt yourself! The fight is finally begun! Which one of these two? Now is your chance! Haha! Hehehe! Du bist so rumgehoffster, Makoto. Ooooooh! Das hat sich... Der macht sich einfach nur wenn der kleine Schläge ausfällt. Aber du fühlst du das Leidblitz. Und der hat's... Boah! Absolut! Das ist immer so'n geterlchthelbeamn. Wenn er Super-Unt-Ultra hat... Was ist das denn da? Moment. Ah, er hat aber nicht so gut für 1, das bringt ihm nicht so viel. Ich weiß nicht, ich glaub nicht, das ist Homme. Nein! Er kriegt nicht. Nein, mir kriegt er nicht. Er ist gewonnen. Warum verliere ich immer? Für der schlechteste Spieler der Welt. Nein, du bist gar nicht. Du bist der Beste von der Welt. Wenn er das noch einmal macht. Wenn er das noch einmal gewinnt. Ich glaub, er macht das mit Absicht. Da fängt das Spiel an. Und dann hat er... Das ist so krass. Mit dieser hinterlistigen Intention, uns zu begegnen, find ich auch absolut verachtungswürdig. Einfach gewinnen wollen. Ich muss noch einmal Rose nehmen. Oh, jetzt weiß er auch, wer ich bin, gell? Ich bin ein Illusion-Sparker derzeit. Also er weiß, wie ewig ich bin, aber... Er weiß auch ganz genau, wie gerne ich gegen seine Dublin-Tor kämpfe. Ja, ich auch. Oh, letztes Mal wurde die Augennahme kaputt gegangen. Das hat er seinen Oni als letzte Kampf genommen. Er hat mich so kaputt gemacht. Ah, den hat er schon immer kaputt genommen. Stimmt. Ich bin halt keine Herausforderung gegen seinen Oni. Also ohne Stick. Aber so ein Dutting-Tor ist auch super. Könntest du zu decken? Was? 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 Ich meine... Stimmt. Das ist überhaupt nicht aufregend gewesen. Will the time of battle turn? Yes. Fight! How long will this go off? Haha! Ha, mein scheiß Kerger. Was? Du hast mal doch super! Ha! Du funktionierst dennist? Was ist mein... Da war's ja! Mein Team! Das sah aus wie... Als wäre das total professioneller Option Select auf einem leichten Punch gewesen. So sah es aus. War es aber nicht. Das kann ich schon mal so sagen. Das war's ja nicht. Du musst noch daran arbeiten, wie du dich verkaufst. Wenn ich verloren hätte, hätte ich gesagt, das ist nicht das, was ich gewollt habe. Ich hab gewonnen. Hm. Hm, 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 hm. Er hat letztes Mal ja gelernt, dieser mittlere stehende Punch, dass der meinen Fuzzi schlägt. Oh, Dan! Oh, Dan! Dan the Man! Aber ich weiß jetzt, dass mein Schal viel besser ist. Rose Schal, komm! Sehr gut, sehr gut! White Locale! Show me some combos! Ich freue mich so auf Dan-Rank-Matches. Irgendwann mal. Der wird die Rage und der Hate auf mich herunterprasseln. In Form von Mails. Ja. Dieser. Dann those atteints, zum Boden! Ja. Der schателейst den Schlumpf! Der sch murders auf den Schalzen des Schlange. Den zen ich es nicht. Na, keinen. Oh, lasst du die deleted. Deninhas dass sie noch nichtine. Das ist dein Backdash gut genug, um das zu ausreichend zu machen. Aber komm nicht in den Endvortext. Krabbe! Es vergisst mich nur, dass er blaue Unterwäsche attiert. Die Unterwäsche seiner Farbe ist die selbe Unterwäsche, die du bringst! Du musst dir das so denken, der hat dir deine Unterwäsche gekauft. Oh, große. Nun komm auf den Jauch. Oh no! Wow! No! Oh no! Oh no! Siehst du das? Der hätte dir deine Slips geklaut ein, das zu deinem Auto passen würde. Du hast ja eigentlich gar keine Ahnung. Ich glaub schwarz, okay. Du hast deine! Sie ist ein Krach! Können wir bitte nicht mehr Unterwäsche? Ja! Sie ist ein Krach! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh! 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 Dizzy! Dizzy! Oh nein! Oh nein! Oh! Der hat mich gewinnen lassen! Hat er bestimmt nicht. Du darfst sie nicht gewinnen lassen, hörst du? Erreit uns nicht, das ist nur Banatka. Bye-bye! Wer weiß, dass du full-full bist? Oh mein Gott, das geht so schnell! Geht's nicht mehr mit dem mittleren Punch? Dieses harte Kick, geschehe nahe Kick. Geduckte der mittlere Punch von die Yags. Weil er jetzt immer leichten Kick benutzt. Oh nooo! Oh nooo! Oh nooo! Oh nooo! Oh Chip! Ah! Ahhhh! The Chip killed the cat! The Chip killed the cat! The Chip killed the cat! Wie das alte Sprichwort oft sagt. Kein Problem! Das Grund der Zwieheitsstoffe und Geschmacksverschrank. Was? Ich habe das nach und nach mitbekommen, was ist das mit diesen Gluten? In den USA ist das jetzt ganz neu. Gluten ist das glaube ich bei uns. Dass man das nicht zu sich nehmen soll oder so. Oh nooo! Oh nooo! Also ich weiß, dass das ein Körper eigener Stoff ist. Glutein. Und das ist ein Transmitterstoff für die Synapsen. Der eben aus dem Körper selber herstellt. Aber das ist ja auch aus Getreide oder? Also gewonnen oder irgendwie. Und man soll es nicht essen oder so. Ja, es gibt halt jetzt inzwischen viele Produkte. Das ist ein Geschmacksverstärker. Und wenn du das exzessiv bist. Stärker, dann gewöhnt sich der Körper dran. Stellt dich selber nicht mehr so stark her. Was du dazu führt? Das ist mein Gehirn. Haha. Ich bin so nervös. Fuck! Oh, was ist denn der Ecke? Das ist... Oh oh! Oh no! Oh no! Ah, irgendwie fühle ich... Ich fühle mich schon fühlen. Roller... Roller Thunder! Aber... Ja, ähm... Oh, sind wir gerückt? Oh, was? Hahahaha! 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 Das hatte... Hahahaha! Hahahaha! Warum... Warum... Warum passiert das ja nicht stattdreck? Hahahaha! What? Ja, das war jetzt sehr merkwürdig. Oh no! Oh no! Hahahaha! Fuck! Fuck! Du warst wieder... Ah, ah! Fuck! Das ist wieder das Travelo! Hahahaha! Hahahaha! Oh no! Nein! Scheißenbrech! Du hast... Also wir hatten das schon mal rausgefunden... Echt? Ja! Ja! Ja, ehrlich! Weiter! Ich will gar nicht gegen den... Hahaha! Dödli! He... New Wrecking Ball! He never hit my face so hard! Bolle Brot! Lachen! What I wanted was to urteile! But he... Feat me! Hahaha! Entschuldigung! Hahahaha! 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 Das war so blöd! Stark drück... Aber dann hat er mich ja... Fantas machen lassen war der... Dann merkte er, dass ich mich nicht bewege irgendwie... Oh... Akuma! 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 Er weiß Bescheid! Akuma! Komm wieder! Verlass mich nicht! Verlass mich nicht! Verlass mich nicht! Ich will fly! At this location!